Deutschland im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist eine riesen Sensation. Das ist ein echtes Superwunder. Schäfer war innen gespflanzt. Kopfball abgewehrt aus dem Hintergrund. Das Geran schießt. Geran schießt. Tor! 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 Gehalten, Postoni! Gehalten! Auf! 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 Flanke, Kopfball, Tor! So stellen wir uns unserer Mannschaft vor. Favoriten, das sind wir. Schwarz, Rot, Gold, wir stehen zu dir. Auf den Rängenschall, es geht vor. Deutschland vor. Schwarz und Weiß, wir stehen auf Eis. Und wir holen den Sieg mit euch. Und wir holen den Sieg mit euch. Jetzt geht's los. Schwarz und Weiß, wir stehen auf eurer Seite. Und wir holen den Sieg mit euch. Und wir holen den Sieg mit euch. Jetzt geht's los. Schwarz und Weiß, wir stehen auf und singen unser Lied. Und wir holen den Sieg mit euch. Und wir holen den Sieg mit euch. Jetzt geht's los. Schwarz und Weiß, wir holen den Sieg mit euch. Schwarz und Weiß, wir stehen auf eurer Seite. Und wir holen den Sieg mit euch. Und wir holen den Sieg mit euch. Und wir holen den Sieg mit euch. Schwarz und Weiß, wir holen den Sieg mit euch. Tschüss. Schwarz und Weiß, wir holen den Sieg mit euch. Schwarz und Weiß, wir holen den Sieg mit euch. Vielen Dank.